Hallo Leute, Shima Black hier. Und wie ihr seht, wir sind hier bei Minecraft. Und so auf einem neuen Server, nicht mehr auf der Hive, denn auf der Hive bin ich auch kein Premium mehr. Und so sind wir auf dem MindBlack Server mit meinem Schaf, Shima Black und Raphael. Hi. Hallo. Und meinem Schaf. Wo ist dein Schaf? Wo bist du? Ich bin gestorben. Warum bist du gestorben? Weil du mich runtergeworfen hast und hab mich runtergefallen. Ach, okay, sehr gut. Da ist er. Wir sind auch schon in der Party, das heißt, da wo ich reinjoinne, joint auch er rein. Und wir spielen jetzt. Wo ist mein Schaf? Ah, da kommt mein Schaf angetrappelt. Wir spielen jetzt mal eine Runde Dragon Escape. Das ist einfach nur ein Jump'n'Run-Spiel und ja. Ne? Heißt du Bescheid? Ja, ja, ich weiß Bescheid. Und ich würde dann sagen, wir sehen uns gleich wieder. Ich mache jetzt hier einen Cut, wenn es losgeht. So, und da sind wir auch schon wieder. Das hier ist die Lobby, sozusagen. Ähm, es gibt drei Kids. Das hier funktioniert nur bei Ultra, das heißt, die das kaufen. Ich nehme Jumper, das heißt, ich habe vier Leaps. Man bekommt nämlich eine Achse. Wenn man Rechtskrieg macht, kann man, ähm, ja, wird man halt in die Richtung geschleudert, die man guckt. Und das Turbter ist einfach nur, ähm, du bekommst nur drei Leaps, dafür aber zwei TNT und was TNT macht, wenn halt jemand, kann es wegwerfen. Und wenn jemand draufläuft, dann wird halt ein bisschen weggeschleudert, oder? Ja, das ist halt die Sermine. Und wir sehen jetzt hier in der Map Hölle, man wird halt vom Drachen verfolgt und hinter einem zerfliegt halt alles, ansonsten ist es genauso wie ein ganz normaler Jump'n'Run. Und je nachdem, auf welchen Platz man ist, bekommt man halt, ähm, Gems. Boah. Gems und sowas wie Rubine, von denen kann man sich halt Sachen kaufen. Ja. Ich spektate dich dann mal. Bist du schon down? Ja. Der Typ hinter dir hat sich in mich gestellt, dann bin ich runtergefahren. Sehr schön. Nee, bei dem Spielmodus ist es halt echt beschissen, weil... Ja. Die hätten das so machen müssen, dass man ein bisschen aussieht wie ein Geist. Ja, so, ähm... Damit man durchsichtig ist. Genau, transparent ist. Ja, ja, du mit deinen Fremdwörtern. Ja, Fremdwörtern. Hallo, ich lese die Bilder, okay? Ja. Hast du auch deine Bilder aus dem Bild? Wie weit es in der Drache ist, der direkt hinter mir? Ach, der ist gerade beim Turm gewesen. Ach so. So, jede Stelle ist hier doof, weil ich mich hier irgendwie immer anzünde, egal wo. Einfach irgendwo werde ich mich anzünden. Hier meistens. Hier. Ja, war so klar. Wie geht das Lied nochmal? Das Girl is on fire. Bei dir, Nikol is on fire. Das Girl is on fire. So, jetzt... Ich hab, ich hab, glaube ich, noch einen Lied, wenn ich mich nicht verzählt habe. Aber wahrscheinlich habe ich mich verzählt. Ich kann's doch gar nicht zählen. Ach. Hat mich das jemals daran gehindert? Tja, Einbildung ist auch eine Bildung. Oh. Guck, ob ich erster bleib. Ne. Hä, der eine... Hä? Yes, ich hab gewonnen! Hahaha. Ach so, aber liegt das jetzt echt daran, dass umso weiter mal kommt der Platz, oder ist es einfach nur, wer am längsten überliegt? Umso weiter mal kommt. Ach so, ich hab immer gedacht, umso weiter mal kommt. Äh, umso weiter länger man lebt. Äh, äh, ja. So, jetzt spielen wir die zweite Map. Es gibt nur zwei Maps, nämlich Skyland und Through Hell. Und nun ja. Und nun ja. Ich würde sagen, ich skipp kurz, bis wir wieder, bis losgeht. Jo. Bis gleich. Und da sind wir auch schon wieder. So, die Map finde ich eigentlich einfacher, obwohl ich hier noch... Doch, ich hab's glaube ich einmal geschafft, gell? Grad mal. Danke, kann ich nicht. Minecraft Expert ist ja da in so'n Jump'n'Run saugut einfach nur, ne? Ja. Äh, scheiße. Boah, beim Erlektz ein bisschen. Leu. Nein, jetzt kann ich den lieblich benutzen. Nein. Hast auch nicht geschafft. Ich kann mich nicht drüberwarten. Zwei, eins, go. Sehr schön. So. Kann das sein, dass ich vor dir bin? Ja. Weil ich eben den Lieb benutzt habe, weil der nicht funktioniert hat. Tja. Abkürzung. Boah, wie alle einfach in mir stehen. Das nervt total. Kann sein, dass ich vor dir bin. Ja, kann gut sein, weil du die Abkürzung genommen hast. Ja, ich weiß. Aber ich bin vierter. Oh, du bist ritter. Schlecht, schlecht. Schlecht, schlecht, schlecht. Ich bin im Moment voll schlecht. Aber das hol ich noch auf. Da war immer so ein Mikrolex, die Nerven. Ja, aber echt. Ja, aber echt, hey, aber ey. Nein! Leute, meine Maus hat nicht reagiert einfach mal, ne? Ja, ja, das sagen es ja alle. Nee, ist aber so. Ja, du bist auch schwanger. Ich bin vor dir. Nein! Was? Achso, ja. Okay, ich bin dritter. Nee, vierter. Nein! Ah, okay. Sehr schön, du kriegst keine Punkte. Ich bekomme Punkte, aber eher auch nicht so viel. Wie viele Runden sollen wir machen pro Folge? Ja, ich stehe recht kurz. Ja. Bis dahin. So, und es geht los. Ich hab mir jetzt mal mehr Platz gemacht, damit man eine Maus verdreht. Nein, die Stadt, wo alle Leute sind, ist so bescheuert. Wo bist denn du? Vorne? Bis ganz hinten! Von drei Leuten bin ich der Letzte. Sehr schön. Das ist so der schlechteste Platz, den man haben kann. Oh, ich seh nix, ich seh nix. Ich auch nicht. Da muss man einfach nur... Nach Gefühl! Einfach nach Gefühl. Die anderen am Verrecken sind, gell? Ja. Vor einem fallen einfach alle runter. Der eine vor mir brennt einfach. Nein, ich hab jetzt bei einer geschafft, da hoch zu... komm mit dem Lieb. Ach so, das kann man auch machen, natürlich. Ja, hab ich versucht, ging aber nicht. Aber ich hab jetzt schon recht. Gut, aber wir waren eben kurz erst da, weil ich sozusagen hintendran war. Weil man ja da rum muss. Weil gerade eben läuft's bei mir recht gut. Bei mir auch schon vor dir. Ich hab ohne Lieb da drüber gegangen. Ich bin direkt hinter dir. Ja, ich weiß, aber ich bin da wirklich ohne Lieb rüber. War ich überhaupt schon mal zu weit bei dieser Map? Weiß ich nicht. Ich hab mich gerade gewundert, warum ich so langsam war, aber bin ich ja im Szene. Jetzt hab ich mich echt noch im letzten Funken so angezündet, weißt du? What the... Ja, du auch. Lass Party machen hier. Oh nein. Oh, die Party geht ab. Wir sind die letzten beiden, oder? Geil. Nein, ich hab's wieder nicht geschafft. Okay, du schaffst es ganz sicher. Ich hab gerade mal zweieinhalb Herzen noch. Ich bin einfach nicht gut genug im Jump'n'Run. Lol. Achso. Ich hab schon gewundert, wohin ich springen muss. Dabei war ich immer der, der dir gesagt hat, wohin du springen musst, gell? Ja. Weil du auf einmal Videos geguckt hast, wo's war. Ja. Boah, so weit war ich noch nie. Nein! Egal. Oh nein, ich bin nochmal gesprungen und bin drüber gesprungen. Ich hab's nicht in das Wasser geschafft. Kennst du das, wenn du dann so eine Millisekunde zu spät sneakst und dann einfach nochmal weiterspringst? Ja. Genauso war's bei mir gerade. Da bin ich direkt über die Plattform nochmal gesprungen. Oh, das war so kacke. Egal. Äh, ja. Wenigso bin ich nach dir gestochen. Next! Map und wir haben jetzt einiges skippt, weil wir beim ersten Mal so ein bisschen gefehlt haben. Das heißt, wir sind direkt runtergesprungen. Deswegen schneide ich das einfach raus, gell? Yeah, die erste Reihe. Ja, ich bin direkt hinter dir. Ich bin vor dir. Nö. Doch. Dann bist du in mir. Ja, du bist in mir. Na toll. Wie du einfach schneller bist. Ha, ich hab's halt drauf. Oh boah, wow, das war knapp. Mal schauen, ob wir diesmal wieder so weit kommen. Ich konnte eben nicht den Dieb einsetzen, weil ich aber die Axt nicht ausgerüstet hatte. Ich noob. Boah, wie man einfach hier nur auf gut Glück springen muss, gell? Weil einfach alle in einem stehen. Das nervt total. Ja. Irgendwie schon. Ich bin so gearscht. Ich bin so gearscht. Ich bin so gearscht. Ja, ich hab noch anderthalb Herzen. Jetzt warte ich kurz. Was bist du? Äh, mittendrin. Ich muss warten. Ich muss mich nämlich erstmal regenerieren. Ach, springen wir weiter. Die nächsten Springen die... Ich hab nur noch drei Herzen. Pass auf, schnell. Das muss ich beeilen. Jetzt kann ich hier aber nicht runterspringen, weil ich dann sterbe. Hm, jo. Wie viel Herzen nehm ich da Schaden? Vier? Hm, jo. Ne, dreinhalb. Ganz anders denn. Ich hab's in die Lava gesprochen. Und du bist jetzt schon weiter. Muss sein, ob du's bis zum Ende schaffst. Sehr geil. Okay, dann. Immer diese Stelle, wo du straight runterläufst. Ja, ich weiß. Immer die gleiche Stelle. Vorhin bei der Aufnahme auch. Genau das gleiche. Sehr schön, ne? Ja, selbstverständlich. Ah, ich kann's halt, ne? Weischt? Ja, ja. So. Das war jetzt wie viel? Vierte? Fünfte? Egal, jetzt kommt halt gleich die nächste. So, jetzt sind wir auch schon wieder bei der... Wie du einfach reinredest. Jetzt sind wir auch schon wieder bei der leichteren... Ja, wir sind nebeneinander. Du bist denn beschissen. Oh, das ist ein Mädchen. Ein blondes Mädchen, leicht bekleidet. Ja, überhaupt kein Klischee oder so. Was? Überhaupt kein Klischee oder so. Kleinklischee, äh. Äh, Jünge, aber ich bescheide. Jünge, ich hab heute vergessen, Bild zu lesen, na, und, äh. Ich dachte, du hast Bild gelesen. Ja, das war noch so, so, so. War noch Zeiten, wo du Bild gelesen hast, ey. Das war voll die Asi-Zeit, ey. Boah, lol. Ich hab... Okay. Ich hab grad gedacht, ich bin so voller Skiller. Ich hab mich so richtig... Du bist Zweiter. Alter, ich bin in meiner Einbildung fast verzogen. Nein, lol. Wie konnte ich denn da failen, bitte? Alter, meine Maus reagiert einfach manchmal nicht. Ist da der Nico gestorben? Ja, bin ich. Jetzt kannst du mich spektaten, wie geil ich bin. Ach, deine Mutter. Da musst du uns einblenden, ne? Geil. Ich bin immer noch Zweiter. Jetzt bin ich Dritter. Wehe, ich werde Vierter. Jetzt bin ich Vierter, nein. Wo bist du verreckt? Äh, mitten in der Höhle. Ich bin einfach nicht gesprungen. Wie du aus der Lama rausgekommen bist, wieder in die Lama reingehübt. Wie schlecht sind die alle, bitte? Lol, wie ist was Ritter geworden? Warte, bei der Höhle bist du gestorben, als in der Pyramide. Ja. Oh, ich bin ja besser als du. Ich weiß. Ein Platz über dir. Oh, ja, geil. War's, ich war dritter Platz sogar? Ja, hab ich doch gesagt. Weißt du? Ist doch klar, wenn ich Vierter bin, dass du Dritter bist. Nee. Doch. Nicht unbedingt. Hey, vor mir ist Deadlocks. Hallo Deadlocks. Deadlocks. Na. Hallo Deadlocks. Los geht's. Los geht's, ne? Boah, ich bin dritter. Oder zweiter. Weiß das Scoreboard auch nicht so genau, ey. Bin ich erster. Ui. Ich bin zweiter. Oh nein, nein. Das ist schon gefehlt. Nee, man kommt da gar nicht hoch, glaube ich. Nein, nur wiegster Fehler ever. Nein. Ja, ist so wie immer, ne? Der Sprung vor den ersten Weisen dort. Ich hab den Lieb einfach mal so verbraucht. Einfach mal sowas von derpy. Alter. Willst du mich verarschen? Willst du mich eigentlich verarschen? Ich schaff das nicht. Du solltest dich ein wenig beeilen. Ein wenig sehr beeilen. Das schaffst du nicht mehr. Nein. Warte auf deinen Tod. Okay. Zweiter. Hahaha. Leu. Dritter. Yeah, ich bin doch dritter. Boah, ich hatte noch dritten Platzgeschäft. Das ist doch gut. Das Mädchen war besser als du. Um zwei Blöcke ungefähr. Eins, einfach noch dritter geworden. Aber mein Fehler war nur berg. Ja. Denn, jetzt haben wir wenigstens wieder die... Ich hab den Start verpasst. So Leute, ich weiß jetzt nicht wie lange das Video ist, aber ich würde sagen, das hier ist die letzte Runde für diese Folge. Und, äh, habe ich hier wieder gefällt. Das heißt, ich muss da drüber springen. Hey, ich bin vor dir! Einfach mal so. Nein. Ich bin da den Baum abgeprallt. Zu verter kommt. Wahrscheinlich. Hast du auch die Abkürzung benutzt? Ja. Das sah irgendwie ganz, ganz, recht geil aus, als wir da, äh, nebeneinander so, in der Luft, so Superman und Supergirl, du natürlich Supergirl. Deine Mutter? Nee, meine Mutter ist super Biggirl. Die Powerpuff Girls. Hahaha. Ich benutze eigentlich fast die, die Axt, gell? Irgendwie. Wow, das war knapp, beinahe wäre ich da runtergeflogen. Boah, wie gut ich einfach nur bin. Das Eisbio muss eigentlich sauer, so einfach, ne? Nur, dass hier gerade eine Wolke ist. Bei mir ist keine Wolke, weil ich die ausgeschaltet habe. Ja, ich eigentlich auch, keine Ahnung, warum ist es... Oh, nein, 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 nein! Warum? Hast du gefehlt? Das kann man nicht mehr fällen, ne, da braucht, da muss erst ein neuer Ausdruck erfunden werden. Geh, ich bin einfach mal auf den einen Baum gesprungen, geh? Und die Bäume sind jetzt so aufgebaut, dass du in der Ecke fehlt, geh? Ja. Ich bin ganz genau in diese Ecke reingefallen und darunter war kein Boden mehr. Sehr schön. Hast aber ganz schön gefehlt. Ich bin aber noch dritter, Gott sei Dank. Äh, du solltest versuchen, möglichst weit fortzukommen. Bin ich doch. Achso, du bist dort schon. Hab ich gar nicht gesehen. Komm, 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 das schaffst du's. Nein! Nein, das ist so. Egal. GG. Das wäre so eine perfekte Abschlussrunde immer noch gewesen, wenn du es geschafft hast. Ja, wenn ich es geschafft hätte, wäre es so gut gewesen. Nein, muss wieder runterlaufen. Das war Absicht. Hey, das sieht aus wie ein Gesicht. Egal. Also Leute, ich würde sagen, das war's für diese Runde Dragniss Game. Und wir sehen uns an das nächste Mal. Tschüss. Jo, ciao.